Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kandeyles Ehe Issa noch so ein bisschen an den Wind, aber Kandeyles ist das Dachste der Oer Schillom, wie hier und Bich, und ihm eine sehr gute Idee ist, zu erinnern Sie sich mit ihnen. Und Sie haben das Umfang, das Sie jetzt in der Sürrselwe mit dem Motto Umfang, Umfang, Jeden, Umfang. Kandeyles in diferentes Formen lassen wenden die Umfangs aber dar als Raps als Fugitiv. Es gibt ein Symbol für die Speranza, das wir uns in den Nieren von den deutschen Fugitiven. Es gibt die Hoffnung von ihnen, von ihnen in der Schweiz, und sie brauchen eine neue Welt. Ich sehe, dass sie die Fugitiven von den Fugitiven sind, die sie verabschieden, und sie verabschieden. schlussende Quells. die 1.000.000 Utilisadores auf Facebook und einer der Dells ist Maximilian Schrebs. Er hat die Delle auf Facebook-Tier 10.000.000 weitergegeben. Maximilian, er hat sie gesagt, dass diese 6 Informationen anstatt wurden. Er hat Facebook gut gemacht. Sobald er hat sie mit der Drehung für seine Drehung. Der Europäische Tribunale hat sie gesagt, dass sie die Informationen von der Delle in den Facebook-Tier Er hat eine Entscheidung die große Vorteile für Facebook und auch andere Firmen amerikaner. Er hat in einem großen Moment mehr als Austriak gegen 11 Jahre gegen Facebook aber es gibt noch keine Informationen privaten und deshalb hat sie ein Problem. Ich würde Ihnen sagen, wir sehen uns unser Beispiel von Max. Wer ist Max? Er hat ein Konto auf Facebook. Er hat die Studierenden in der E-Mail. Er hat die Fotografie, weil er schriftlich ist, er hat die Daten von der Drehung und die Daten von der Dauern. Alle diese Informationen von Max werden in großen Computern in seinen neuen Servers, die in den USA mit einem Facebook-Tierenden und einem anderen Facebook-Tierenden in der Dauern. Wenn er Max auf sich von der Dauer aus der Drehung von der Drehung von der Drehung Aber auch wenn Max mit Facebook ist, wenn sie nicht mehr, wenn sie sich rauw. Es ist, dass sie sich in den nächsten Mal wiederholen. Da haben sie nur Facebook-Face, aber sie haben sie auch ein Problem. Ein anderer Problem ist, dass sie andere Daten haben, die private Informationen zu vermitteln. Und sie wollen Facebook-Face, die Daten zu vermitteln. Denn Facebook hat den Kontrakt mit dem Namen «Safe Harbour». Ein Kontrakt zwischen Europa und Amerika gibt es zwei Garantien für die Informationen der Personen in Europa, resten als Servers in Amerika. Aber ich sage es, wenn es möglich ist, dann entscheidet Ihr Tribunal Europäisch. Alle Firmen in Amerika und die Stadion amerikanische Stadion vermitteln die Informationen über die Informationen über die Informationen. Der Stadion amerikanische Stadion sagt, dass die Stadion garantiert die Sicherheit. Aber die Stadion amerikanische Stadion ist alles, was Max schreibt auf Facebook und auch alles, was er sagt. Der neue Tribunal Europäisch hat genau das Problem. Die Daten resten sehr private. und der Kontrakt, der sich garantiert, sei es für welche gute Leistung. Aber in unserer Zeit ist ein bisschen mehr in der Masse. Und auch die victorien von Max gegen die große Firma Facebook hat viele große Vorteile. Weil die Amerikanische Stadion mit dem anderen Kontrakt mit Europa garantiert, dass sie überhaupt nicht wissen die Informationen privaten. Und jetzt sage ich Ihnen, die Stadion und die Stadion und die Stadion ist in der Sorge. Aber es gibt alle die Menschen die Stadion und die Stadion. Dennoch hat manche Stadion verraten den Namen auf Raps für Fugitives. Und jetzt? Die Stadion war über die Stadion die Stadion und die Stadion. Die Stadion war in der Stadion. können die Menschen auswählen, die Menschen auswählen. Wenn die Menschen auswählen können, die Menschen auswählen können. Ich glaube, viele Dinge auswählen können. Wenn sie zu Hause kommen, haben sie viele Menschen auswählen. Es ist interessant, dass sie die Menschen auswählen. Manche Probleme ohne Probleme. Wö Pfüten, wenn sie sich auswählen, auswählen. Das Auto ist ein Eiwein. Die Menschen auswählen können, die Menschen auswählen, nicht eine Anonymische Institutionen. und anonimisch, direkt an die Zufans zu machen. Vielleicht ist es vielleicht ein bisschen von Zufans. Ja. Ich glaube, mein Kind würde es helfen. Es ist Zufans, wenn es nicht so war. Grazie a Ficci, sagen die Zufans, aber wenn sie es für andere Zufans waren, dass sie helfen, um andere Zufans zu helfen. Ich würde es helfen. Sie sollten das mal nach Hause kommen. Oh, nein. Es ist sehr gut. Aber wir haben es sehr gut. Wir haben es nicht so gut gemacht. Wir sind aus den Deutschen, die aus der Schweiz kommen, weil wir immer noch eine neue Basis haben. Ich verstehe mich. Ja. Und die Rechte. Und die Rechte. Für eine Rechte muss man eine Zürich sein, wenn man die Rechte nicht mehr packt, wenn man die Rechte nicht mehr will. Ja, ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Ja. Die Rechte hat 3.000 Franken in den Zufang, für andere Zufang. Sie ist wirklich Flotte. Und diese Flotte ist in der Börse, zum Beispiel in der Börse, und im Schatten zu spüren. Sie ist auch so ähnlich, dass sie auch Lauren erinnert hat. Und sie ist auch noch so genannt. Oh mein Gott, sind Sie die Lauren? Sie sind wirklich die Lauren. Sie sind das Kind. Ich bin die Lauren. Mehr genau die Studie, Lauren Whitmore. Und sie hat sie kennenzulernen in Twitter, wie die Lauren. Die Region, sie hat ihren Pass zum Studenten, und der renommenden Akteur Tom Hanks hat ihren Pass geschrieben in Twitter. Lauren hat ihren Pass zum Studenten und im Park. Wenn sie sie in der Börse, mein Büro kann sie mit ihr. In diesem Moment haben sie 10 Millionen Menschen. Für einen Moment ist sie in der Stadt. Ich habe einen Twitter- Ja, ich bin auf Twitter. Aber ich habe keine Ahnung, schreibt mir und sage, dass sie dich erinnert hat. Du bist du famig. Der Pass hat sie in der Schule. Und ich sage jetzt, weil Tom Hanks in seiner Rolle principal ist für Forrest Gump. Aber Lauren hat den tollen Stufen begonnen wegen Dollars durch einen feinen Niefpass. Und Tom Hanks hat ihn flüssig in der Geschichte mit ihnen jetzt einen Boden begonnen. Was? Wie sonst noch geht es von ihm, wie Jürgen ist. Wie geht es denn? Das ist für mich ein kleines Pohnen. Ich customise hier, das ist für mich ein sehr cooles Pohnen. Ich will nicht einmal wissen, Kommt hier? Ich wollte doch das Wiener und Wiener lernen. Oh nein! Ich wollte das mit einem Böden essen. Jacken an hätte! Das wird schon damit weggegeben. Ich bin an der Hanks! Mit einem Die haben wir uns richtig . Was geht es? Ich wollte das mit einem Vielen Dank.